Manchmal werde ich zu Boden gezogen, wie die Flüssigkeit im Wasserfall. Doch manchmal geht es nicht bergab und ich bekomme einen neuen Trall. Mit dieser Wucht presche ich durch die Bäche, an deren Kurven der Boden beginnt zu brechen. Und somit werde ich aus dem Flow geworfen und durch die Löcher der Ränder, die wir nicht schnell genug stopfen. Dadurch versickert das Wasser im Boden und gelangt dadurch nicht mehr so einfach nach oben. Und wenn diese Flüssigkeit vergeht, bis sie unter der Erdoberfläche steht, was dafür sorgen könnte, dass dieser Weg übergeht. Und wir somit durch den Schlamm warten, dadurch in eine Situation des Stillstandes geraten, anstatt erneut mit Energie durchzustarten. Und das alles nur, weil uns die Kraft fehlt, über diesen Pfad zu stapfen. Und wir uns einsam und alleine durch Zufall wieder mal beim Aufgeben ertappen.